Hallo, ich bin's wieder, der Kid Kairos mit Dragomon Hunters. In der Closed Beta, ein Online-Rollenspiel. Noch ziemlich vollgebrüttelt dieser ganze Bildschirm hier, wie ihr seht. So viele Anzeigen, das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Später im Spiel guck ich mal, was ich davon ausschalten kann. Aber noch befinden wir uns im Tutorial und müssen uns alles angucken. Und deswegen lassen wir das mal noch drin. So, ich hab die erste Quest. Ich muss Fungi besiegen. Guck mal, wenn ich da drauf drücke, dann leuchtet hier der Boden. Und dann folge ich dieser ganzen Sache bis zu den Fungis. Den Forest Fungus. So, das Kampfsystem gefällt mir jetzt schon nicht besonders, weil ich auf 1 und 2 drücken muss. Ist ein bisschen eigenartig, denn dadurch... Du bist kein Spiel für mich. Wo ist denn mein Lebensenergie? Achso, klar, hier in der Mitte, ne? Ist ja mal logisch. So, ich kann nicht immer draufknüppeln. Hab ich gesehen, ne? Ach, hier seht ihr es auch. Eins. So lange dauert es, bis das nachgeladen ist. Du bist kein Spiel für mich. Pow. Was haben wir da? Retreat Portal. Open the Portal and warp to the nearest Checkpoint. So, drei Forest Fungus hab ich jetzt besiegt. Plötzlich... Ist irgendein Schrei, der durch die Luft hallt, ertönt. Schnell, geh da hin und hör dir mal an, was da eigentlich abgeht. Gut, dann wollen wir doch mal gucken. Guck mal, die laufen alle da hin. Schnell, etwas geschieht. Wo muss ich denn jetzt hin? Kann man noch nicht gut... Und nun? Bin auch schon da. Oder geht das hier rüber? Oder zeigt es woanders hin? Hä? Ach! Das geht da rüber. Es sind viel zu viele Anzeigen auf dem Bildschirm. Das merke ich jetzt schon. You too, follow me! Oh, krass, ein großer Drache. Ja, Baby. Jetzt geht's aber ab hier. Ein... Ein Drago, Mon! Captain! Halt die Klappe! Natürlich werden wir ihn aufhalten. The Oevan abounds to attack. Verdammt, das ist zu stark! Behalte dein Auge auf den roten Pfeil. Das ist zu schnell. Fuck, jetzt hab ich gar nicht, dass du schnell lesen könnt. Du bist alles. Oh, Mann! Du bist nicht so stark. Du bist nicht so stark. Na gut, das müssen wir jetzt nur aufs Knöpfchen drücken. Ein... Was ist denn das hier? Steam Fantasy? Juhu! Oh, ein Rekrut! Und bist du derjenige, der den Weaver und Rauch hier platt gemacht hat? Ein verdammt junger Mann, Strapping, ein strippender junger Mann kommt aus dem Helikopter. Seine Stellen an den Augen sehen so aus, als würden sie die Situation voll abchecken. Dank Gott, dass du hier bist! Wir hatten schon eine Krise in unseren Händen. Bane. Ist natürlich alles nicht korrekt übersetzt, was ich hier mache. Killed Kairos. Ohne... Du hast keine Ahnung, was du machen sollst. Also, bobst du deinen Kopf. Ich bob meinen Kopf auch öfter mal. In hopes of removing the shade of Bane, however, where they extend their hand to stop you. Level up! Gehst du schon? You can see the mean man measuring up with his eyes. Finally, he gives you a curt nod. Bane Blitzheart. Ich bin Jäger bei den Falcons. Du gibst ihm die Reis in die Hand, um ihn zu schütteln, aber er scheint es nicht zu registrieren. So, coole Show, die du hier abgeliefert hast. Der Bane holt irgendein Zettelchen aus seiner Tasche. Ich muss mir diesen ganzen Karm hier mal angucken und dem Hauptquartier melden. So. Er krabbelt schnell nach diesem Stückchen Papier und reißt es in zwei Stücke. Entfaltet es in zwei Stücke. Nein, zwei. Bring diese eine hier weg für mich. Ich empfehle dich für deinen Anruf. Es ist nicht oft, dass wir so Leute wie dich bekommen. Und Bane zieht den Zettel, den Brief raus. Und bla bla. Coming to you, you jerk. Back to you. The rip nodding of your head. So, sprich mit Omi, unserem Pilot. Er gibt dir, bringt dich nach Elysium. Okay, ich muss mit Omi sprechen, ist klar. Mit Omi. Omi bringt mich nach Elysium. Es sieht so aus, als wäre der heutzige Tag voller Überraschungen. Ich freue mich schon darauf, mit dir zu arbeiten, Bursche. So, er nickt dir nochmal zu und beginnt dann hier das Gebiet zu untersuchen. So, jetzt muss ich zum Pilot Omi sprechen. Ich muss ihn erstmal fragen, warum er so einen bescheuerten Namen hat. Wo ist denn der Omi? Omi? Ah. Hey, Kilo. Ich muss also aufspringen und nach Elysium gehen, weil es da irgendwas zu tun gibt. Keine Ahnung was. Huch. Ah. Das sind offenbar die richtigen Spieler. Oder? Andere Online-Spieler? Sherp. Level 22. Jakka. Level 15. Das könnte gut sein. Heide, Nei und ich bin's. Der Kild Kairos mit Level 5. Hier werden wir uns aber immer noch reinsteigern in das Spiel, weil das gefällt mir. Das muss ich sagen. Ich werde das mal ein bisschen länger ausprobieren. Jetzt gucken wir uns aber mal an. Was ist denn bei dir? Wofür? Was haben wir denn hier? Im Backpack haben wir denn meine HP Potion? Die brauche ich ja jetzt nicht. Kann ich mir die auf irgendein Dings drauflegen? Bestimmt, oder? Ja, auf die 5. Ja, cool. Sehr gut. Das macht ja auch Sinn, ne? Ach, du liebe Güte. Das kann man sich auch noch anzeigen lassen. Du liebe Zeit. So, und hier Charakter. Wir müssen uns jetzt mal hier ein bisschen in Ruhe umgucken. Charakter Gear. So, ich bin inzwischen Level 5 und es sieht aus, als könnte ich hier Punkte verteilen. Lass mal gucken. Guards Chestplate. Das ist meine Ausrüstung. Der Defense Plus 23. Guards Gauntlets. Also die Handschuhe und die Schuhe. Title. Influence. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Da gibt es noch viel zu lesen. Ich hoffe, das wird relativ schnell die Möglichkeit ergänzt, dass das in Deutsch alles zu lesen ist. Gerade bei so Rollenspielen macht das Sinn. So, Attack. Wie viele Punkte kann ich denn hier verteilen? Ach, hier, da steht ja Available. Einer. Also, was machen wir höher? Attack. Wie machen wir die Defense höher? Was haben wir denn hier noch? Skills. Meine Skills. Advanced Abilities. Level 10, 13, 16 bis 28. Chop. Horizontal. Frenzy Parallel. Frenzy Parallel. Her Skill Points. Okay, muss man sich aber so ein bisschen gucken. Dragomon Glyphs. Da habe ich noch nichts mit zu tun. Im Moment habe ich nur eine Kampf-Axt. Das hier sind die Quests. Mal gucken. Achievements. A Legend begins. Level 18, Level 40, Level 50. Ja, 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 ja. Social. Ja, Leute. Da gibt es noch viel zu entdecken. Ne, das sieht man. Ich bin gespannt, was daraus wird. Auf jeden Fall. Doch, doch. Das gucke ich mir mal noch ein bisschen länger an. Muss ich mal sagen. Guckt es euch doch auch mal an. Link in der Videobeschreibung, wie immer. So, zu wem muss ich denn jetzt? Talk to Pilot Omi. Er ist um zu take it to... At the Falcon's Nest. Zu wem muss ich denn jetzt gehen hier? Ich kann mal hier auf die Map gucken. Leuchtet hier was? Da oben. Oder bin ich das? Ah, hier ist auf jeden Fall das Falcon's. Das werde ich wahrscheinlich sein. Das Falcon's Nest ist... Da unten. Dann gehen wir mal da hin. Ganz schön bunt hier, oder? Ich möchte auch ein Reittier haben. Gibt es bestimmt für Kronen. Fountain Square. Machen die denn da für einen Quatsch? Ah, ich kann ja auch angreifen. Du bist kein Match für mich. Was ist das? Frenzied Parry. Buckle down and get ready. Anleih a flurry of devastating blows on the enemy. Okay, man sammelt sich erstmal und dann geht's. Zack. Zack. Naja. Wo sind wir hier? Wo geht's denn überhaupt zu... ...zum Falcon's Nest? Zu Hopalong Wonderland. Kann ich dich kaputt machen? Schade, nicht? Total schade. Falcon's Nest. Da bin ich ja schon auf dem richtigen Weg hier. Muss ich mit dem Käpt'n sprechen? Ein bisschen R&R ist wichtig, nach einem schweren Tag der Training. Ich habe übrigens die Sprache von Japanisch auf Englisch gestellt. Wenigstens das geht. So, wie ist die Jagd, Squirt? Da fühlt es sich gut an, mit den Typen da zu arbeiten. I feel the bum. So, pass nur auf, dass du genug trinkst. Und genug Katzen-Naps isst. So, ich dachte, ich sollte das hier irgendwem melden. Aber wem denn? Alles ein bisschen... ...bisschen chaotisch hier, oder? Vielleicht hätte ich doch einen anderen Server wählen sollen. Ah, wer weiß. Wer weiß. M. Ja, guck mal. M ist Map. Falcon's Nest. Muss ich schon wieder zu Pilot Omi sprechen? Wo ist denn der Pilot... Ach, da hinten! Dungeon? Nee, das ist ja gar nicht der Omi. Wo ist er denn, der Pilot Omi? Hm. Was haben die denn hier alle für Tierchen? Hallo! Hihihihi. Ah. Da. Hm. Der sieht gefährlich aus. Oder? Ja. Ja, wem kann ich denn jetzt hier erzählen, was hier abgegangen ist? Na ja, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ja.